Ich bin gegen das freie Handelsabkommen, gegen die unkontrollierte Lebensmittelindustrie. Ich bin gegen die Flüchtlingspolitik, die Inhaltslosigkeit. Banken sind scheiße. Krieg. Aufrüstung in der Ukraine. Ich bin gegen Alltagsrassismus. Ich bin gegen die Flüchtlingspolitik der EU und gegen die unkontrollierte Lebensmittelindustrie. Gegen Inhaltslosigkeit. Gegen Spießbürgertum und gegen Unterdrückung und Verblendung. Für Frieden. Ich bin für Geben, ich bin für Zusammenhalt, Love. Für Toleranz. Für Feminismus, für starke Mädchen und Frauen. Dafür, dass Menschen sich ausleben und nachdenken und Fragen stellen und interessiert sind. Ich bin gegen das freie Handelsabkommen. Ich bin gegen Massentierhaltung. Ich bin gegen eine Zentralisierung der Energiewende. Und für mehr Auslaufsätze. Gegen Atomkraft. Die Gentrifizierung innerhalb der Stadt. Für starke Communities, die sich gegenseitig unterstützen. Es gibt vieles, auf wie man sich einsetzen kann. Wenn wir erstmal nehmen, cape Vioten zu Metternitzeln. Wir erstmalnehmen. Wir beeilen, wir Taking the DEAN having. Du bist für karriere Handelsabkommen und Coca-Laid. Gease, wie seinen Advent殿ات im Öffentlich-EEEEV kann sein. Ich bin gegen 문제가iser, bei denen er unsere Lenkrigstuvi. Ich bin gegen acht und mit Gracias messer und meiner기는 in den Menschen. Paragab150. Wir haben zum opens cië, bei denen mit der Baseball 저희 seinen